Hi, da ist ne Pistole unten. Das ist das Ruheabteil. Sprich hier mit deiner kleinen inneren Stimme, Junge. Da ist ne Pistole. Sprich mit mir. Ich bin bereit. Du bekommst mich hier neu und verbessert. Denn wenn man Frieden in die Welt trägt, bekommt man Frieden zurück. Ich glaub, du vergisst, was du beruflich machst. Nimm die Waffe. Bei jedem Job, den ich mache, stirbt niemand. Dieser Typ bin ich nicht mehr. Manche Konflikte erfordern eine Waffe. Hey, das ist nice. Okay, was schnappe und oder greife ich mir? Nackten Koffer. Du sagtest, wenn du zurück kommst, willst du einen einfachen Job. Einfacher geht's nicht. Du hast auf mich eingestochen? Ich ruhe mir dein Leben, wie du meinst du ihn jetzt hast. Alter, ich kenn dich nicht mal. An dem Job ist nichts einfach. Hier geht noch was anderes ab. Ja, ich bin nicht der Einzige in diesem Flug, der nach diesem Koffer sucht. Lemon? Wo ist der Koffer? Oh, hab ihn Versteck. Eben war er noch hier. Wir liegen voll im Zeitplan. Alles, was dir jemals passiert ist. Das sticht, Bitch! Hab dich hierher geführt. Schicksal. Das ist ein Scheiß-Diel. Oh nein, danke. Wissen Sie was? Haben Sie irgendwas mit Sprudel? Genau das, danke. Domo arigato. Sicher, du willst das nicht ausdiskutieren? Nicht wirklich, nein. Okay. In the world! In the world со всехatif. So!